hallo meine lieben facebook freunde ich stehe jetzt ein bisschen nah an der kamera aber das hat auch seinen grund ich möchte euch mal eine neue funktion zeigen die es jetzt hier im handy gibt das heißt also whatsapp hat eine neue funktion rausgebracht die ich ganz gut finde sieht bei jedem handy etwas anders aus ich probiere das jetzt hier gerade mit einem huawei aber ich kann euch also versichern das ganze geht auch mit einem samsung handy und es soll auch angeblich bei iphone gehen iphone weiß ich nicht also muss ich nicht unbedingt haben aber der ein oder andere hat vielleicht ein iphone zu hause und er ist ganz stolz drauf ich brauche das nicht ich brauche eher so was wie samsung oder huawei ok also was mir zunächst erstmal ganz gut gefällt ist diese neue tastatur ich zeige euch das mal ich ein bisschen näher ran man kann also verschiedene farben bei diesen tastaturen einstellen und das handy stellt sich auch gerade hoffentlich gleich scharf bei euch und dann zeige ich euch was whatsapp alles neues hat bei mir bei meinem huawei sieht es nun eben mal so aus aber bei meinem anderen gerät bei meinem samsung sieht es natürlich noch ganz anders aus aber ihr könnt es selber entdecken nämlich über der tastatur wenn die in whatsapp etwas schreiben möchte geht hier ein neues fenster auf und dieses fenster hier sieht bei vielen so ähnlich aus aber es hat neue funktionen eingebaut sind auch verschiedene gifs drinnen in diesem fall wie gesagt bei meinem huawei sieht es so aus das heißt ich kann jetzt auf dieses google zeichen drücken und dann erscheinen hier eine neue zeile und wenn ich jetzt bei dieser zeile hier drauf drücke dann kann ich meinen text aufsprechen und das handy schreibt selbstständig das ganze was ich jetzt gerade hier gesprochen habe schreibt es auf sogar in einem ganz guten fehlerlosen deutsch finde ich eine tolle geschichte während ich hier spreche schreibt mein handy im hintergrund also schaut mal nach in euren handys ob die neue funktion schon da ist und dann senden wir das ganze hier ab und schon ist das ganze gesendet und sieht also ganz gut aus also noch mal zu dieser neuen zeile hier auf dieses google zeichen gehen oder bei euch ist vielleicht sogar schon das hier und hier könnt ihr die tastatur einfärben ihr könnt euch verschiedene hintergründe auswählen die tastatur einfärben und wie gesagt verschiedene dinge herunterladen also das finde ich schon mal eine tolle geschichte wie gesagt in whatsapp wenn ihr auf einen partner gibt den wir schreiben wollte ich schreibe gerade mir selber nämlich dem frank und dann drücke ich hier drauf und dann kommt diese zeile über den buchstaben und dann kann ich hier mit diesem google zeichen bei manchen wie gesagt beim samsung ist das google zeichen nicht da sondern da ist gleich diese zeile zu sehen das sind dann auch hier verschiedene gifs die man auswählen kann wie jetzt hier zum beispiel auch ein schönes radio gif und das ganze könnt ihr dann versenden an denjenigen der das bekommen soll finde ich eine gute geschichte und vielleicht habt ihr lust das mal auszuprobieren alles klar bis demnächst